Leute, was geht ab bei euch? Ein Spool bei euch, Leute. Ich bin so müde. Ja, Leute, auf jeden Fall. Heute Abend kommt wieder ein fetter Stream, Leute. Endlich mal wieder fort. Ich schätze FIFA. Ich schätze, heute Abend kommt wieder FIFA Live-Karriere. Will ich unbedingt weiterspielen? Fortnite? Obwohl, ich glaube, Fortnite und morgen FIFA, Leute. Weil es kommt heute ein fetches Update. Und ich bin einfach nicht da, Leute. Ich muss nicht mal in die Schule, aber ich bin einfach nicht da, Leute. Ich muss in die Stadt, Leute. Ja, okay, ist egal, Leute. Auf jeden Fall gönnt euch das Update, wenn ihr Fortnite spielt. Heute Abend wird er Fortnite-Stream. Mal gucken, wie das Update wird. Es gibt anscheinend zwei neue Autos, ähm, Autos, Digga, zwei neue Waffe. Ähm, und Autos kann man fahren. Aber ich glaube nicht, dass man heute Auto fahren kann. Das sage ich jetzt nicht. FIFA, lass ein Like, da lass ein Abo da. Wäre richtig korrekt. Morgen wieder FIFA, heute Abend kommt Fortnite. Ciao, ciao. Ähm, ich werde gegen Sexe Fortnite spielen. Ciao, ciao. Und morgen. Was mache ich eigentlich hier noch? Ja.